Jetzt ist er. Ich will, dass er einfach stehen bleibt. Was für eine Art Mindgame versucht der hier eigentlich gerade? Voll auf die Lüße. Oh mein Gott! Ohohoho! Niuuuu! Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat! Oh! Er wollte nicht, oder? Doch, er wollte. Last Level 100! Er geht weg von mir. Hey, what happened? Boah, hab ich... Alter, die Palette hab ich nicht gesehen. Ich hab mich gerade so erschrocken. Holy shit, ey. Er springt irgendwo rum, springt er in den Keller. Lol. Hahahaha. Ach, scheiße. Easy! Lol. Er geht weg. Oh mein Gott! durch game please ich krabbel ich krabbel deported ich krabbel was kommen sie mit nice do it come on kill me i'm here da war doch ein ash what the fuck ja die handlung werde ich dir jetzt nicht geben mein freund ha oh 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 fuck ich hab ihn gehittet what the fuck man hat doch gehört wie ich ihn gehittet habe come on hey hello can i have a pizza please yes no i don't want to die no i don't want to die what are you waving at oh oh hey leiche einfach weiter rennen scheiter fliegen rennen auch einfach immer weiter ja ja wird mich auch moring geil genauso wie ich es schon immer wollte kann ich ihn zum fenster schaffen ja ja aber auch nur weil er einfach probiert das fuck ist der müsste eigentlich schon bloodlast 500 wieder haben warum ist der so langsam an er ist hängen geblieben unlucky bro ich hab dich gesehen wie du zurückgehauen bist why are you bullying me ah 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 nun laufen wir mal anders hin denn er hat uns verlieben wo von es hat mich schwarz getroffen und das war bei dem das hat mich schwarz getroffen Nice Suck a dick, dude Yo, I'm a bad bitch, you can't kill me Are you sure about that? Hey, balls All right What I can do Boiling How about